herzlich willkommen zum dritten teil des streams bei mir zumindest jetzt in der ja in der auf zeichnung und max ist gerade am angreifen ja hier auf dem low level account wir sehen ja gerade ich muss hier oben lud fahren hier können wir auch gleich mal zeigen was zum beispiel so eine max wahl küre oder max lund eben bei so einer ich sag mal anführungsstrichen ja klein base machen ja und ich meine das sind nur level einsat truppen überall hier geht es ja hauptsächlich nur um erstmal truppen form also elixier fahren ich muss dir wirklich sagen am anfang wirklich bis rathaus sieben muss ich ganz ehrlich sagen einfach nur kobis rein und erster sein zack fertig so mache ich so habe ich es gemacht und total easy komplett ohne irgendeine strategie einfach nur auf die fresse einfach die grünen säule rausgeschickt und fertig also so habe ich es gemacht und das ging mega nice auf jeden fall dorfbesuche machen wir auch ja gucken wir rein klar aber wie gesagt ich habe es wirklich gemacht guck mal du bist level 26 tu dir gar keinen zwang an einfach kaserne kobis 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 und fertig ganz easy ja das läuft natürlich auch super gut auch wenn sie auf level also ich würde sie schon ein level höher machen hier ja wenn das sich anbietet natürlich zwölf stunden 50k ist halt nix und am anfang wirklich am anfang bringt das schon relativ viel weil ja im level einsatruppen gegen irgendwelche rathaus sieben da wird es dann schon schwierig oder level sechs hat die halt richtig aufbauen da ist es schon relativ schwierig aber was ich euch auf jeden fall empfehle die klarnburg immer so hoch es geht ja das stimmt den fehler habe ich am anfang gemacht noch mal an kamel denke ich mal heißt da kam 12 34 l kam ja danke seit 267 abonnenten ist er dabei jetzt fehlen mir nicht mal mehr 267 zu den 20k also richtig richtig geil ja und ich bin 29 in zwei wochen bin ich 30 weil ich meine die wirklich die kaserne ich sehe das ja jetzt bei mir ich bekomme ja komplette max truppen ja und drei drei loons passen jetzt zum beispiel bei mir rein und am anfang wenn die leute halt hier so eine 1er luftabwehr haben oder eben gar keine ich weiß was du läufst halt über die ganze base drüber und kannst halt alles tot fahren hier oben und noch besser ist dann sogar noch wenn du halt sogar im cw bist klar wird jetzt bei dir im klaren so mit dem account nicht unbedingt sein dass du da teilen teilen dran aber wenn man halt so ein low level cw-clan wie auch immer hat und dann halt wirklich eine fette cb hat hast du vollkommen recht das ist halt einfach mal motherfucking unterschied ob ich halt zwei truppen nehmen kann also zwei loons zum beispiel oder drei loons das ist halt ein unterschied klar oder eben drachen ja ja klar logisch dann bei vier aber ich meine dass du wenn du vier in anführungszeichen vier in dem fall dann 20 platz hast ganz genau dann passt das halt ach da wird schön ach er ist ein kleiner jammer junge gönn dir junge gönn dir ja ich brauche die auf jeden fall auf level 6 also der wind wie hast du es mit den gems gemacht wurden die gespendet oder hast du die selber rausgekommen private money junge also ich weiß jetzt nicht wer mir nur was spenden möchte bei bei meinem filmstatus die zehntausende von spenden euros sowas bekomme ich leider nicht selina du willst noch ein autogramm von mir kriegen wir hin kriegen wir irgendwie hin wie sieht es aus dieses jahr gamescom selina eventuell weil da werde ich denke ich mal abhängen und dann sollten wir das auf der reihe kriegen da kannst du sogar ein vogel mit mir machen nee ist gar kein thema logisch passt das ist gar kein ding was schreibt ltg ich guck gerade mal des jahres erreicht so bestimmt die 500k nein 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 auf keinen fall nein aber muss muss auch nicht sein alles cool also ich bin jetzt auch nicht der der sagt jetzt guck mal lichtler hat eine viertel millionen geknackt warum ich denn nicht nein wieso denn weil ich bin echt der meinung bei mir läuft das echt richtig richtig nice und man muss auch irgendwo mal die kirche im dorf lassen und man soll auch nicht immer rumheulen und sagen oh naja warum denn warum denn nein vollkommen in ordnung alles cool so auch fanfreak so ich würde mich sehr freuen ach so ja geht um klaren besuchen noch mal ich würde mir das haben wir beim letzten stream auch schon gemacht und zwar würde ich sagen einfach mal am besten auf jeden fall den hashtag posten steht ja gerade ich gehe jonas ich würde halt vielleicht noch irgendwie pokal oder so falls eben mehrere gleiche namen in einem klar sind sonst ja unwahrscheinlich jonas 02 wird es jetzt nicht so oft geben wir können ja mal suchen so was haben wir denn hier lp selina die gamescom ist nicht in hamburg die ist in köln nur mal so außerdem von bremen ja ich weiß wo du wohnst ist ja nicht so weit das passt wie gesagt gamescom wird dieses jahr auf jeden fall sein weil ich dachte mir halt auch naja kommst du dann irgendwie mit ich sage jetzt mal mit 10k oder sowas an und keiner kennt dich aber ich sage mal mit 20k darf man sich das auf jeden fall mal gönnen so jetzt gucken wir mal bei jonas rein genau ich bin ja hier auf dem profil ich finde ich immer ganz witzig zuerst das profil anzuschauen und danach erst die base weil du siehst ja zum beispiel die mauer nicht und alles ist eigentlich ganz interessant hier kann man natürlich jetzt ich würde sagen truppen truppen soweit gemäxt oder weil guck mal ging es auf jeden fall warte mal warte mal ich guck mal gerade weil ich will ich will mich nicht zu weit aus dem fenster legen aber weil küre würde glauben glaube ich auf zwei gehen oder ich bin mir nicht hundertprozentig sicher im tonal 8 weiß ich auch nicht weiß ich nicht mehr hundertprozentig ich weiß auf jeden fall dass der gift noch höher gehen würde aber king ist gemäxt ganz genau und dir der rest der truppen der einfachen truppen ist auch soweit max also von daher denke ich mal ist es ziemlich nice und dann bist du mit 87 würde ich sagen kleinen moment mindestens die hälfte der mauern sind rathaus also nicht rathaus level sondern level 8 und die base sieht grundsätzlich auch schon sehr gemäxt aus und du bist ja ich sag mal nicht mehr weit vom gemäxten achterdorf entfernt hau mal raus okay weil ich hätte jetzt gesagt dass er für ja ich finde er sieht halt nach einem gemäxten rathaus 7 aus und ist noch nicht allzu lang bei rathaus 8 wegen dem nie dann hätte er die truppen nicht gleich nein und außerdem bei 87 wenn du dich richtig wir können ja mal gucken wie viel er gespendet ist du bei 89 bist du bei 89 von rathaus 8 maxed auf rathaus 9 ich meine hat guck mal viel gespendet wurde auch nicht also von daher ich ich sage er ist wirklich in einem richtig richtig guten townhall 8er hat die hälfte der mauern auf 8 okay aber guck mal guck mal bogey türme maxed min werfer maxed magier türme das ist maxed das ist maxed da fehlen halt nur die mauern reinkriegt ja hättet ihr mir die frage mal vor zwei jahren gestellt jungs und mädels ich glaube ihr wisst ganz genau wie es abgegangen wäre aber wenn ich geburtstag habe kaufe ich mir zwei 50 euro karten und gebe gusor und dir eine läuft läuft auf jeden fall wie gesagt grundsätzlich ist ja wie gesagt bei mir ich sagte immer wieder und ich sagte es auch immer wieder gerne bei mir muss halt echt nicht irgendwie gespendet werden wie auch immer sondern oder oder gesponsort werden oder sowas wie gesagt es ist halt wirklich so nicht dass euer geld stinkt keine sorge nein aber es ist halt wirklich so ich sage jetzt mal einfach wirklich so ihr spielt das spiel sage ich jetzt mal vielleicht in zwei jahren oder sowas nicht mehr und sagt auch kommen jetzt habe ich so viel geld für den gusor rausgauen klar ich freue mich natürlich kein thema aber wirklich da geht es mir halt wirklich darum guckt wenn ihr mir einen gefallen tun wollt guckt die werbung komplett durch im video und ja klar logischerweise adblock raus dann tut er schon mehr als genug für mich meiner meinung nach von daher alles cool alles cool gibt ihm kein geld die haben youtube money jonas das wird aber auch überschätzt muss ich wirklich sagen aber ist schon richtig wie gesagt mit dem youtube money wenn er das eben so ein bisschen hoch pushen wollt guckt euch die werbung gerne an adblocker auspasst jetzt gucken wir uns aber beim jonas noch mal die base selber komplett an und zwar genauso kommen ein bisschen weiter rein ein bisschen zu weit ich meine rathaus acht schön in der mitte er ist ja wahrscheinlich am war ist schwierig jetzt zu sagen ist er am pokale farm ich weiß nicht wo war sein rekord sein rekord ist nicht so weit weg also er könnte jetzt vielleicht verloren haben oder angriff also er ist wahrscheinlich am pokalen war ja was hat er gerade geschrieben ich ich würde halt knallhart sagen also entweder du sagst halt gut okay komm pass auf ich will halt ich will halt sagen gut okay ich mache meine mauern noch auf acht komplett dann würde ich halt wirklich diese hammer geile taktik nehmen alex raus mit dir ich kaufe mir jede menge drachen dafür und rush einfach mal jede base hoch dann kommst du auch locker ganz ganz locker ein meister ohne mit der wimper zu zucken aber kannst natürlich dann relativ schnell deine mauern hoch ballern und von daher nett also drachen sind für mich wirklich in dem bereich immer ziemlich geil genau hittet mein like button hier 30 kabel ich sehe hier ich klicke gerade selber auch noch schön aber ich sagte glaube ich gerade was hat er geschrieben dass er komplett max ist bis halt auf die mauern ja genau ja und wie gesagt war ja lag ich ja mit meiner vermutung gar nicht so verkehrt so weiter lass mal einen anderen gucken hier name junkie hier kz u z junkie coc siehst du den hashtag ja hashtag q 9 ne 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 q 9 und dann y y l l p l genau und dann der name junkie junkie hier level 67 townhall 7 würde ich sagen oh holy moly also ein leicht gerushter aber jetzt kommen wir jetzt kommen wir dazu illuminati confirm ich habe mein erstes video mit rathauslevel ich will nichts falsches sagen auch 67 hochgeladen und da war ich auch townhall 9 ha und ich hatte glaube ich nicht mal mein king auf 5 ja also was kann man sagen ich bin der meinung ich habe diese base vor kurzem angeguckt über facebook bin ich der meinung wenn das der account war würde ich fast sagen dann hatte ich auch zuvor schon gesagt die nächsten zwei jahre gehören dir und townhall 9 weil dann kannst du ungefähr wenn du aktiv spielst kannst du ungefähr davon ausgehen dass du dann max 9 bist und dann läuft das also wie gesagt da hat man richtig was zu tun und du hast richtig was zu tun aber ich meine ist ja nicht umsonst eine challenger also von daher passt ja was gibt es da zu sagen man kann jetzt gucken wo wo setzt man seine prioritäten man kann jetzt warte mal gucken wir erstmal du kannst auf jeden fall erstmal alle armeelager auf sieben bringen weil die sind ja teilweise sogar noch auf fünf wenn ich das richtig sehe bin ich der meinung die sind auf sechs warte mal ja stimmt 200 ja sorry klar logisch ich habe die 180 gesehen weil jetzt nicht alle truppen drin sind ganz genau auf sechs dann die auf jeden fall logischerweise auf sieben komplett und klar minen und sammler hoch aber als erstes eventuell auch wenn es weh tut auch wenn es wirklich weh tut hau die bohrer hoch hau die bohrer richtig hoch dass du richtig schön zeug ja weil die machen halt wirklich wenn du einfach mal online kommst und über 1000 pro bohrer bekommst dann sagst du ja läuft bei mir so sehe ich das und ja also ich muss sagen klar es ist natürlich eine hart an der levelte base wird abwehr vier minen werfer vier dagegen war ja die base und gerade eben halt ja genau erzähl mal weiter und bin ich bin ich daran interessiert ich will genau sehen auf was du hinaus willst und ja also ich finde im prinzip klar er könnte ja zum beispiel sagen ja ich habe ja zum beispiel die expos ich habe ja die queen ich kann hier meine klanburg hoch machen ich könnte theoretisch meine truppen höher machen für den angriff ja sprich ich könnte vielleicht wenn er jetzt zum beispiel cw spielt und das macht er ja hat er natürlich offensiv einen vorteil defensiv auch weil er hat ja auch mehr mauern und eben ein zwei def gebäude mehr oder mehr klanburg und ich bin zwar nicht der fan von so einer gerushten base ich finde man sollte mit dem timing sein rathaus pushen also ich finde man sollte nicht sein rathaus upgrade wenn man komplett gemäxt ist sondern schon ein paar wochen vorher weil auch das rathaus dauert ja erstmal paar tage die sollte das muss man das muss man wirklich das ist halt wirklich so das dauert halt teilweise zwei wochen und du sitzt da und denkst dir scheiße ich habe komplett gemäxt ist dann toll jeden tag wenn ihr da 500k von jedem geklaut werden ja klar und ja zum pushen ist das natürlich defensiv hier nix offensiv klar kann man sagen ja ich bin mit rathaus so und so hoch gekommen aber ich finde so hoch zu russian weil das ist ja schon sehr krass gerusht ist ja unter das ist ja noch nicht mal level 7 ja das sind ja alles hier level 3 ja magiertürme ich weiß nicht ob das auf die dauer so viel spaß macht also wenn wir diesen spaßfaktor reinnehmen du musst halt du musst halt sagen jetzt muss halt wirklich gelevelt werden beziehungsweise nicht ja gelevelt also die ganzen sachen halt hochleveln weil wenn man jetzt noch mal auf zehn geht dann ist man eine witzfigur klar und jetzt kann man wirklich noch diesen bogen drehen klar du kriegst natürlich in jedem clan zu hören ja russia 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 habe ich mir die ganze zeit anhören dürfen und wie gesagt geh auf keinen fall auf zehn klar und jetzt wirklich schön die nächsten zwei jahre gas geben fertig also ich meine das problem ist nicht unbedingt dass die kein clan annimmt irgendein clan nimmt dich schon an und irgendwelche wüsste finden sag ich mal die es geht ja auch nicht unbedingt immer um die base sondern halt dann auch um das soziale in dem clan ach so es war eine challenge okay ach so es war war eine challenge okay gut dass du es geschrieben hast ja okay nur an sich ist es halt so lass die mauern erstmal komplett stehen richtig hast du recht nein nein hast du vollkommen recht never touch the world in dem fall auf jeden fall hast du vollkommen recht magiatürme luftabwehr sehe ich ganz genauso von mir aus sogar ein x-bow auf max ist noch besser als irgendwie zwei kadonen oder so richtig die wirklich die die mauern wirklich ich habe es ja jetzt auch gesehen wie gesagt mein account war ja exakt das gleiche und ich mache ja in anführungsstrichen auch klar jetzt erst die mauern weil die def komplett so weit max sein muss klar und dann erst die mauern in dem fall klar die tun jetzt auch mit sieben nicht weh alles gut passt ja ich meine wir können aber gerade schauen ein x-bow macht 50 schaden pro sekunde ja die sind ja alle gebafft worden 50 schaden pro sekunde wenn wir jetzt einfach mal also ich weiß nicht wie schnell greift glaube ich mehrmals also in einer höheren geschwindigkeit pro sekunde an also irgendwie so 1,5 und jetzt zum beispiel bei den einzelnen schuss schaden hier von der kanone ist halt 48 und die schießt langsamer als eben ja natürlich natürlich und bonus hier range und eben auf luft ja klar ich glaube der bogita ist sogar auch noch niedriger also das ist natürlich schon ein krasser nachteil dann wenn du sagst sogar der expo ist besser als so zwei teile die ja relativ viel schaden eigentlich machen ja nee das stimmt vom vom einzel schaden her ja da hast du schon recht du guck mal wenn es jetzt mit dem minenwerfer vergleichs brauchen wir gar nicht darüber reden das ist ganz klar das ist eine ganz andere sache hier ja logisch ich muss aber jetzt schon mal sagen wir haben jetzt wieder 18 minuten das wird ja wieder fast zu viel ich stoppe hier auch mal dieses video und das war für die stream sache für mich von der aufzeichnung erstmal auch das ende weil ich muss dann bald wieder mein anderes zeug aufnehmen so das war es erstmal von hier chau chau